Der Caravanman Compact ist ein vollautomatisches Satellitensystem für den stationären Einsatz. In der Twin-Version ist die Antenne für zwei Teilnehmer geeignet. Das System ist vorprogrammiert für acht Satelliten. Diese können einfach über das Steuergerät angewählt werden. Schalten Sie das Steuergerät ein, um den Suchvorgang zu starten. Die Antenne sucht nun nach dem Satelliten. Dieser Vorgang dauert circa ein bis zwei Minuten. Trotz der kompakten Bauweise bietet die Antenne eine hohe Empfangsleistung in ganz Europa. Im eingefahrenen Zustand ist die Antenne nicht höher als 16 Zentimeter. Dies beeinträchtigt die Gesamthöhe des Fahrzeugs kaum. Nach erfolgreicher Suche können Sie Satellitenfernsehen empfangen. Die Antenne pasó bei Haftwaren ist die Untertitelung des ZDF, 2020